Die Lyrik hat es einfach alles zusammengebracht. Es macht mein Leben so normal wie möglich mit Hörerloss. Mit Lyrik ist die Qualität und Klarität der Sound nicht anders, was ich erlebt habe, mit einer anderen Hörerlösung. Lyrik war von Anfang an ein einzigartiges Konzept. Das Team hatte bei der Entwicklung ein klares Ziel vor Augen. Die Bedürfnisse von Menschen mit Hörerlust, die durch bestehende Hörlösungen bisher im Markt nicht abgedeckt wurden, zu erfüllen. Aufgrund seiner einzigartigen Position tief im Ohrkanal nutzt Lyrik die natürliche Anatomie des Ohres optimal aus. Dadurch erreicht man eine bessere Klangqualität und eine bessere räumliche Wahrnehmung. Insgesamt führt das zu einem optimalen, natürlichen Hörerlebnis. Der Sound ist unglaublich natural, weil die Lyrik ist sehr nahe zu dem Eardrum, nur 4 mm entfernt. Also braucht man komplizierte Prozessung, um es gut zu machen. Wir haben so ein diverser, talentierter und dedikatorierter Global-Research- und Entwicklung-Team, dass wir das Lyrik-Produkt wirklich auf die nächste Ebene nehmen können. Die Lyrik-Batterie wurde ganz spezifisch für eine Anwendung tief im Ohrkanal gebaut. Vonag produziert die Batterie selbst, denn zum einen muss sie eine lange Laufzeit gewährleisten und zum anderen den sehr schwierigen Bedingungen im Ohrstand halten. Der Lyrik-Chip ist designt für einen Sitz tief im Ohrkanal und mit geringem Stromverbrauch. Der neue Lyrik-3-Chip erlaubt mehr Programmierfunktion und eine erweiterte Konfiguration. Lyrik-3 hat ein neues und zuverlässigeres magnetisches Interface zum Soundlink und zum Programmierstab. Dieses magnetische Interface benutzen wir auch für andere Fonact-Produkte. Die grösste Herausforderung für die Verkapselung von Lyrik ist, dass das Gerät über mehrere Monate Feuchtigkeit und Zeruhmen ausgesetzt ist. Und so mussten wir neue und einzigartige Verkapselungstechniken auf kleinstem Raum entwickeln. Der neue Programmierstab von Lyrik 3 hat ein ergonomisches Design und erlaubt eine einfachere Handhabung bei der Programmierung. Als ich das Gerät designt habe, sagte unsere Produktion, dass sie nicht gebaut werden können. Wir arbeiten kontinuierlich daran, Lyrik immer weiter zu verbessern und so noch mehr Lyrik-Träger zu einer besseren Lebensqualität zu verhelfen. Lyrik kann die Leben der Menschen jeden Tag beeinflussen, nur aus dem Fakt, dass es ein Produkt, das nicht visible ist. Das neue Lyrik kann noch mehr für ihre Kunden und für ihr Geschäft. There's just nothing like it. Lyrik can, we can. Lyrik can, you can. Lyrik ist die Zukunft. Lyrik ist die Zukunft. Wie geht das? Wie geht das? tells uns. Kann dirki ein Michael